Es geht wieder los. Das neue Schuljahr hat für euch Pädagoginnen und Pädagogen begonnen. Wir als GEW wünschen euch dafür viel Spaß und Erfolg, aber auch viel Kraft und Geduld. Wir wissen, dass es nicht immer einfach sein wird bei dem Lehrkräftemangel, den wir hier haben, bei dem Unterrichtsausfall, der droht. Aber wir als GEW stehen natürlich mit Rat und Tat an eurer Seite, gemeinsam, engagiert, wirksam. Das ist eure GEW. Viel Glück und Erfolg in diesem Schuljahr.